Ja, mein Name ist Michael Schulz. Ich bin bei der SQLI seit 2008 tätig. Ich bin Product Owner, das heißt, ich unterstütze Kunden einmal natürlich in der Projektführung, aber auch natürlich in den Entscheidungen, wie ein Kunde, ich sag mal, unsere Produkte einsetzt. Auch in Business-Prozessen unterstütze ich den Kunden am Ende des Tages. Das ist so meine Aufgabe. Ich denke, AI ist in aller Munde. Wir haben es vorhin im Vortrag gehört. Jeder kennt irgendwo den Begriff AI, sei es in einer Alexa, sei es im Kühlschrank. Und ich denke, dieses Thema ist wirklich sehr, sehr spannend und unterstützt am Ende dem Kunden auch wirklich, seine Prozesse zu verbessern und schneller zu werden und effektiver. Also ich muss gestehen, ich bin das erste Mal jetzt bei den Print Days. Ich habe es also vorher noch nicht erleben dürfen. Ich denke, das Besondere ist einfach auch mal, dass man auch als, ich sag mal, Projektteam mit dem Kunden wirklich mal zusammenkommt, auch viele andere Kunden trifft und vielleicht auch mal Hersteller, was auch immer, und man wirklich richtig schöne Gespräche führen kann. Mir gefällt es bisher sehr gut, ja. 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 Ja, ja. Vielen Dank.